eine neue aufnahmesession mit whispers of the machine willkommen zurück und wir sind im hauptpartie der epos und sollen jetzt herausfinden wer zum teufel verantwortlich ist für die morde es wird gemunkelt dass die epos dahinter stecken diese kirchenvereinigung aber vielleicht ist es auch was anderes mir persönlich wäre das ein bisschen zu einfach aber wir schauen mal so gucken wir mal an was der typ da von uns was können wir denn hier alles machen wir können hier kerze bilder wachetür logo durchgang hi there greetings and welcome to the free church of epos if you wish you can enter our public prayer room to the right for some silent contemplation all right thanks what about the rest of the church the other areas are off limits to non-members oh can i become a member then now is not a good time we're preparing for a special guest who has come a long way if you return next week we'll see what we can do i understand thanks i wonder if this special guest can help somehow epos vip okay i should try to locate this special guest they may be the key to gaining entry to epos hmm a neat row of candles probably for ceremonial use i'd guess those are members of the church i don't recognize any of them a fancy looking e it's the epos logo i believe hmm looks like some kind of public prayer room or chapel there are a few people in there hmm hmm we wouldn't know that they have seen us right now maybe later i don't feel an urge i should try to locate this special guest they may be the key to gaining entry to epos im gonna say a cute mason and i don't want to disturb him more i don't wanna disturb him more well where could he be the big design where's a blue Ist da eigentlich noch irgendwas? Ne? Bro, mir hat sich was getan. Rolf? Wer ist denn Rolf? Ok, hier ist nichts mehr. Ich bin trotzdem in die Tür, um zu schauen ob da vielleicht wieder ein Lämpchen liegt. Ne, alles in Ordnung. Rolf looks busy. I'll leave him to his work. Hm, ok. Wird er wohl in der Kantine ist oder er ist halt vorne, der besondere Gast? Ist immer noch nicht, wozu der Leonard Schüsse zu gebrauchen ist. Ok. Vielleicht kann ich ja mal Gabe fragen, ob der vielleicht wahr ist. Wie ist es vielleicht beim Ortseingang? Wie könnte das denn sein? Wie könnte das denn sein? Wie ist das? Mit der haben wir schon mal gesprochen? In der Kantine. Ok, doch in der Kantine. Sauf die jetzt erstmal sich zu Tode oder was? Damit sie das ertragen kann. Die Signatur aufzeichnen. Und was kann man damit jetzt machen? Die Signatur aktivieren, Signatur aufzeichnen. Es checkt ja doch die Wache. So blöd ist das doch nicht. Wir müssen jetzt zurück. Damit wir da reinkommen in die Kirche. Oh Mann ey. Ich muss erst rauskommen. Ahhhhhhh Grüezi Willkommen Reverend, wir haben dich erwartet. Schritt durch. Sehr cool. Sie sind immer vorsichtig zu sein, weil ich... Oh, die sind bewaffnet. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Haha Sorry about the noise. The assembly hall is to your right, past the locker room. Thank you. Das ist ja cool, ich würde das auch haben. Not a bad idea, but I'll need to get rid of the guard first. Not a bad idea, but I'll need to get rid of the guard first. Ach so, sie will den Aktenschrank da hinstellen. Hm. Was denn wenn ich da durchgebe? Schließfächer. A bunch of storage boxes with initials on them. Several of the initials match people I know. But it could be a coincidence. If I had reason to believe one of them was Epo's, it might be a good idea to come back here. I guess I could, but I have no reason to believe that Leonard has used one of these lockers. There is definitely one of them, Leonard. There is definitely one of them. There is definitely one of them. some kind of large pool or bathtub. Yeah, that might work as a distraction for the guard outside. I need to be sure that I don't have a reason to return to this room though. Hm. Some kind of assembly hall with plenty of people inside. I should stay clear. Okay, that means that... We have to go over in the air. That's our goal. But we have to do something here. A bunch of storage boxes with initials on them. Several of the initials match people I know. But it could be a coincidence. If I had reason to believe one of them was Epo's, it might be a good idea to come back here. I have my suspicions about the free church of Epo's. If nothing else, that embassy status thing is really fishy. A bunch of storage boxes with initials on them. Several of the initials match people I know. But it could be a coincidence. If I had reason to believe one of them was Epo's, it might be a good idea to come back here. Hmm. An armed guard. There's likely more of them around, so I should be careful. That door must lead deeper into the complex. I'll have to try to find a way past, but I can't get close without alerting that guard. I don't want to share that with him. I don't want to share that with him. Looks like a timeline of how the Epo's seals changed over the years. Hmm. Is there something to mean? The original Epo's logo, from before the collapse. The third version of the Epo's logo, from sometime after the collapse. The third version of the Epo's logo, designed about fifteen years ago. The current version of the Epo's logo. logic pesar is what she is saying. Now, what's wrong? Is not a bad idea. No, it might be apparent, but I'll need to get rid of the guard first. Und sie will das nicht machen, weil wir... Hat sie das aufgeschrieben? Das ist die Karte, die ich in der Recycling Center gefunden habe. Das ist die Karte, die ich in der Recycling Center gefunden habe. Wahrscheinlich gehört zu Leonard. Ja, das könnte funktionieren für die Garten. Ich muss sicher, dass ich nicht eine Chance habe, um zu zurückzukommen. Das ist die Karte, die ich in der Recycling Center gefunden habe. Ach, sie bleibt so. Okay. Das kann ich einfach so benutzen. Gut. Keine DNA von Leonard. Na gut, das müsste dann auf dem Schlüssel sein. Was kann man denn eigentlich? Da wird ja keinen Sinn ergeben. Karl wäre ja auch kein Epo. Oh. 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 Das ist die Karte. Oh. I don't see how those things work together. I don't see how those things work together. My sketch of Leonard's tattoo looks like some kind of symbol. Some kind of large pool or bathtub. That action doesn't seem productive to me. Not a bad idea, but I might want to take a closer look first. My sketch of Leonard's tattoo looks like some kind of symbol. Not a bad idea, but I might want to take a closer look first. No way. It's the tattoo design. That must mean Leonard is a member of EPO's. Or, well, he was at some point at least. Aha. I'll get rid of the sketch, now that I've identified the symbol. What do you mean Leonard? But why did he murder? Tell you. All right. I've found that in the name of the story. I don't know how the guy is gonna happen. And he's still alive. He's out of the way. It's like it's a realồn of the fact. He can't kill him. He's still alive. Okay, that's not good. Ich habe eine geschriebene Papier. Grandmaster Otto, wenn du das lest, das bedeutet, dass ich verletzt habe. Ich bin sorry, aber ich wollte nicht involvrieren in die Kirche, wenn es absolut notwendig ist. Mein Bruder hat einige Dinge für dich. Sie werden selbstverständlich. Ich habe ihm gesagt, dass ich sie nur auf die Person geben kann, der das gewöhnliche Quote aus meinem Lieblingsbuch. Ich bin sicher, dass ihr das wisst. Lennart von Lennart, deinem sehr stolzen und leidlichen Servant. Es scheint, dass Lennart etwas schade war. Ich muss seinen Bruder finden und herausfinden, was das Quote ist. Lennart Bruder? Zitat. Lennart. Ich glaube, jetzt können wir hier das Ding benutzen. das Ding benutzen? Oh, da muss ich mich vorbeiern. Okay, das dauert, das dauert ein bisschen. Okay... Okay. 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 Ach, ich verstehe, was man machen muss. Immer wenn die Lampe angeht, muss man... Okay, jetzt ist es los. Und ich würde sagen, genau bei dieser Idee werden wir, ähm, ja, einen Cut machen. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Und in der nächsten Folge werden wir eine Erfahrung bringen, was Lennart hier, ähm, äh, ja, für Heimlichkeiten, Heimlichturereien machen wollte. Und was zum Torf hier eigentlich in der Eposkirche los ist. Ähm, es verdichtet sich immer mehr der Hinweis, dass die Epos in den Morden stehen. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschöö.